Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Video auf meinem genaue und heute sind wir dabei mit dem Battle und wir gehen auf den Server ab. 3, 2, 1. Zweite Folge von Minecraft Menschen. Wir sind immer noch gesneakt. Walle, Krümel, Gromber, Megaboli und Gauk sind da. Jetzt wird geschlachtet. Jetzt, jetzt, jetzt Kampf. Wir snipen die jetzt, okay? Hm, okay. Wir werden ganz gechillt noch unsere Mine weiter erforschen. Können wir schon essen? Ja, äh, weiß ich nicht. Ja, ich kann schon, ja, wir können essen. Auf jeden Fall, guck mal hier, hinter dir steht, äh, hinter dir steht, äh, Arie drin, ne? Das wird mir nicht zubauen. Und das dürfen wir auch irgendwie, irgendwie nicht, äh, nicht großartig drumrum bauen. Oder drunter den Block abbauen, sonst. Ich würd einfach, äh, hier weiter bauen, ne? Genau. Soll ich, ich, warte, ich mach mal die Koordinaten an. Was? Ja, okay. Äh, wir müssen in Höhe 11 oder sowas, ne? Genau. Nicht vergessen dann ausmachen. Ich hab die bei der letzten Folge leider vergessen. Das ist aber sowieso egal. Ich mach mal ein bisschen nach rechts und nach links hinter dir ein bisschen. Was? Ja, das ist ja. Ey, ich mach mal hier ganz kurz nen Ofen auf. Ey, ich mach kurz Focke, dann? Ähm. Ja, das mach ich ja. Hm, so. Ähh, jetzt ist irgendwie ein Stick weggebockt. Hey, da ist jetzt eine gute Focke. Interessant. Äh, mach ein bisschen Stein, damit wir da zumachen können. Hier, hier spawnt Arie, okay. Gut. so oh ja what the fuck Diamanten finden lol ja wir müssen heute unbedingt Diamanten finden zu einem anderen Spieler aber war da oben ein Name wo wo warte mal ich mach die Fakten ich mach die Fakten weg Prozent bis zum müssen bis in den Sonnenbraten er macht sich ist gerade im Ofen glaube da oben waren aber ich bin jetzt aber nicht mehr sicher als ob die jetzt schon bei uns sind wo man schließlich ist es nicht er macht weiter ich gucke hier ich ich er macht damit die so zu ab schon 5 wie war denn das hier ist was so ist Gold die Gold ist immer gut okay und zwar ist Ari nicht da weil die Internetprobleme hat und Bigtel ist immer noch krank und deswegen sind wir zu zweit weil wir sonst morgens schnell wären und das wollen wir nicht und Ari nimmt dann morgen früh die nächste auf genau damit wir dann wieder gleich auf sind ich glaube ich habe mich getäuscht ja war es vielleicht nicht ein Partikel oder so muss ich sagen wo kommen wir auch kommen wir uns aber auch erst in den ersten Folgen auf ne der war ja auch nicht da am Anfang ja okay aber immer nicken packt dann alles ein ja die waren vorher schon drauf ne mhm wenn du willst kannst du ja immer ein bisschen links und ein bisschen rechts putten ich habe auch zwei Pfeile verlässt die Welt mitgekickt Krümel und Krümel und Wolle das habe ich geschrieben wieso das einfach nur so aber du willst kein Kampf oder ne er ist mega wohl hier da weißt du ich habe einen Apfel die müssen immer relativ vornichtig sein hä das ist der Shader ich glaube schon wenn ich eine Fackel in der Hand habe dann äh ich habe einen Schluch gefunden Schlüchte sind immer Schlüchte Schlüchte ne das ist eine Höhle Schluch ist immer gut hier ist Lava und Herze ja vielleicht dann einen Eimer machen oder so für also wir brauchen unbedingt noch einen Wassereimer das ist einmal ja ich will glaube ich lieber einen Völzer ich habe schon einen Lauf-Eimer weil immer ein bisschen nach oben gucken ok mhm ok hier ist Redstone da ist noch Kohle hier ist noch Eisen also hier müssen wir so viel bückte Rüstung mitmachen ne genau also wir haben noch also wir haben noch sehr sehr viel äh Eisen also ich habe jetzt 36 Erz aber das könnte ich eigentlich mal braten ja ich kann dir dann was rechtes geben 36 ja ja ich habe noch ein bisschen was aber nicht viel mein Inventar ist irgendwie fast voll oder voll das ist irgendwie nicht soo das ist Lappes ich weiß es wäre Kohle gewesen ok ich bin ein bisschen aufgeregt weil ich dachte das war vorher ein Name ja die sind am Anfang eh noch relativ weit weg was die sind am Anfang eh noch relativ weit weg eben ja gut hier äh Atommöhre und so also Team Rot haben das Neser-Portal gefunden was haben die gefunden? das Neser-Portal stimmt genau ich dachte das ist direkt in der Bütze Neeeeeein achso ja das ist noch der S ich bin nur so Usage on the channel immer so ein bisschen nach oben gucken super nicht dass da wirklich jemand ist weil lieber ein bisschen öfter gucken als zu wenig gucken ja auf jeden Fall so Lava zu bauen ok ist auch schon zu Ende ich nehme hier noch das Eisen mit wenn ihr wollt könnt ihr jetzt mal irgendwie auf Twitter oder so ein paar Themen schreiben über die wir reden sollen genau ihr könnt gerne auf Twitter oder im YouTube auf die Kommentare ja klar YouTube auch ich würde gerne Sachen schreiben über was wir reden sollen achso wir wollen wir müssen LOL ah ich sterbe ah na ähm wir müssten an sich auch die Karotten anpflanzen ich weiß nicht wie wir es jetzt schon tun sollten ich weiß nicht wie wir es jetzt schon tun sollten wenn Ari dann morgen aufn dann können die schon mal wachsen da oder so knallen ich habe jetzt ernsthaft gedacht das sind zwei Leute hey warum ich glaube ich kenne nur das Resource Back noch nicht so gut dass das dann immer so aussieht hier ist nichts hier ist nichts ich hoffe es ich habe auch noch richtig viel so jetzt mache ich noch einen zweiten oh ich habe noch 5 Öfen ok ähm ähm hängen wir zum Platz irgendwie so oder so genau hast du einen Timer laufen? äh ne aber wir werden eh automatisch gekickt ja aber wäre gut zu wissen wieviel wir noch haben ja ich habe warte ich habe bei meine Aufnahme läuft schon 7 Minuten ok also relativ safe noch ja ja so wissen wir so das ist ein Öfen irgendwie habe ich es gleichmäßig befüllen und hier ob wir noch ein bisschen steuer waren soo hier ist ein Lavasee hier ist eine Höhle ja da war ich eben drin ja bin ich schon gelootet hier nicht so groß oder? ne hinten habe ich alles drin du kannst auch über der Lava gucken da ist ja noch Kohle ja so ein paar Dias wären schon ziemlich nice oder? ja da ist wirklich ein Strip mein wir auf welcher Höhre sind wir? äh elf elf ok also das ist eigentlich je die richtige Höhe ja sowieso ich ich strip meine hier einfach jetzt weiter ich glaube das ist halt vielleicht die Hacker nicht verbrochen wir haben eh genug Eisen ja und Stein haben wir auch eigentlich ich habe noch Stein süß ich habe kein Holz mehr lol Stein süß ja ich glaube ich auch nicht mehr aber ich habe noch 13 Sticks Hacker kaputt ja und ja wir sind noch Kromba, Megaburli und Vel sind auch in dem Team oder? Vel bin ich ne? ja ich dachte Gauk doch Gauk? ja 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 hey warum ist es war dann schon raus mit der vorne drauf? der hat einer angefangen vielleicht hat er alleine die Aufnahme gemacht ja aber komisch die waren eben schon zusammen ähm ich wollte ein paar Sticks Sticks ja Lava wo bist du äh bis hier weiter ok hey wo bist denn denn? hier rechts links kannst du mir das 6 geben? äh ja warte wie viel brauchst du? 3 2 weil ich gebe dir die Hälfte danke ich hatte sogar noch ne ach ne war schon ich hab ein Lava See nein ich brauche mich hier bei den neben den Öfen weiter ne? komm wir einfach direkt noch zwei neue so wir dürfen auch übrigens äh keine Kisten machen also wir dürfen natürlich wir dürfen natürlich Kisten machen aber das sind halt nicht projectiles von daher nehmen wir erstmal alles was wir können ins Inventar machen dann irgendwann mal ne Kiste oder so hm ich find nix willst du? das würden sie nie schreiben wenn die Uhr uns wären oder sowas mit den Fingern schnippen ah ok ich weiß nicht ja geil ey äh meine snipen wie viel Erde hier einfach ist wie viel Erde hier einfach ist hast du ne Schaufel? ne aber ich brauch keine ich hab noch mal ich hab noch mal Gold gefunden ich hab auch noch ein bisschen Gold das mach ich ja ich hab richtig viel eigentlich ich hab sieben Gold nice den Apfel hab ich glaub ich schon ARI oder so ich mein oh ne ich darf nicht so viel springen ich hab noch drei Steaks nur ich hab noch drei Steaks nur und er meinte so morgen also so sagen am Dienstag meinte er wollte er was aufnehmen was what the fuck ich bin irgendwie ein bisschen verplant ich bin auch gerade ne ja verplant nicht aber ich bin irgendwie ein bisschen brain afk weiter generell ok Kromba wird gekickt bye 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 you rambies ich mag die rambies get wrecked jolo stier bitte youtube.com slash gauck haa da ist ne Nerze ah da ist dein Nerze Mann regnet das nicht mal Adidas nicht mein Dias jetzt komm schon flutter weh das ist ein und joinback wir nehmen 13 minuten auf es wird jetzt dann knapp ich weiß er muss zum Ende zurück zur base gehen wir brauchen jetzt ein Dia kommen Werden auch in 30 Sekunden gekickt Komm Hex Ja ja Komm bitte Volk ist gleich vorbei bitte 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 Nö find nirgends mehr glaub ich Was ist er oder? Du hast Gaukel in Ruhe Komm jetzt schnell drauf lauf 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 Wie fingen wir noch? An sich wirds jetzt richtig perfekt Wenn der jetzt alleine wär Du striplinest auch die ganze Zeit Ja ja die ganze Zeit Noll Wir haben schon ein bisschen Pech Ja Nein Eisen hatten wir Glück aber Hatten wir Pech also Wir haben Kohle gefunden Wir haben sicher müssen wir Ja wir haben noch 1 oder 2 Minuten An sich müssen wir einen Schluch finden Oder sowas Das wäre an sich am besten Oh ne Komm Bitte Ich gehe noch schnell zurück um die Sachen daraus zu holen Ich gehe noch schnell zurück um die Sachen daraus zu holen Was? Ich gehe noch schnell zurück um die Sachen daraus Oh ich schockte aus den Öfen Ja und kannst du ruhig da bleiben Ok dann Zirk mal nicht hier noch Kann ich glaube ich auch nicht alles tragen oder Komm, bitte. Amen. Ja, ich hab alles verstanden. Ja, schade. Schade. Sie müssen aber nächste Folge mit yours filmen, das kann nicht sein. Das gibt's nicht, ja. Haben wir ein bisschen Pech gehabt. Ein bisschen. Das würde ich gerne. Bitte. Na gut, das war dann die... Dritte? Die dritte Folge? Genau. Nächste Folge wird dann wahrscheinlich mit Ari ohne Blick zählt oder sowas, ich weiß nicht genau. Wie es dann kommen wird, werdet ihr dann eh sehen. Und der Regner in die Schlussworte. Was? Du hast die Schlussworte. Ah, okay. Ja, danke fürs Zusehen, haut rein, schaut auf jeden Fall beim Werl vorbei. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, also bis morgen. Und ciao. Ciao. Ciao.